Händler bringen französisches Flair in die Spitzenstadt. Bonjour et bienvenue heißt es seit heute auf dem Plauner Altmarkt. Bis Samstag kann man hier landestypische Spezialitäten verkosten und kaufen. Ob Wurst aus Savoyen, Käse aus den Pyrenäen oder Gebäck aus der Bretagne, Frankreich ist kulinarisch gesehen mit all seinen Landesteilen vertreten. Veranstaltet wird der Gourmetmarkt von Les Savoirs de France. Die Händler reisen seit Jahren schon durch Deutschland, um hier ihre hochwertigen und traditionellen Produkte anzubieten. Feinschmecker aus Plaun und Umgebung können sich zwischen 9 und 18.30 Uhr sowie Samstag bis halb 6 mit den Spezialitäten aus dem Nachbarland eindecken. Und mit einem Gläschen Wein lässt es sich fast leben wie Gott in Frankreich.